Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich. Zum guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB. Heute ist Montag, der 31. Juli 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick auf Roku gönnen. Die Aktie, die am Freitag steil gegangen ist nach den Earnings, die am Donnerstag nachbörslich vorgelegt worden sind. Starker Wachstumsausblick, der in Aussicht gestellt worden ist. Sieht aber aus, als wenn die Aktie einen Turnaround geschafft haben könnte. Lange Zeit ja, bzw. erstmal richtig niedergeschmettert, dann lange Zeit einer Akkumulation. Und jetzt sieht es so ein bisschen nach dieser Markup-Phase aus, die wir dort zu sehen bekommen. Sehr, sehr interessante Herangehensweise. Die Aktie, die hatten wir auch hier tatsächlich ja schon zum Thema gemacht, glaube ich, oder nicht. Dann hatte ich sie im Guten Morgen, Börse auf jeden Fall für die XTB-Kunden zum Thema gemacht gehabt. Mit dem Break über die 74, 75 auf jeden Fall. Nämlich dahingehend, dass wir sagten, wenn wir drüber halten, dann wäre das ein interessantes Longplay. Ja, und jetzt haben wir gesehen, wir werden es gleich im Chart, wenn wir es uns ganz genau anschauen, sehen wir, dass die Aktie eigentlich weggerannt ist im übertragenen Sinne. Ich will auch an der Stelle ganz ehrlich sein, ich hatte die zwar auf dem Schirm und ich wollte die auch handeln. Aber dafür musst du auch ein Setup bekommen, welches dann entsprechend eben vor allem aus der risikotechnischen Perspektive adäquat ist. Und dann CAV-technisch interessant, also auch im Hinblick auf die anzuwisende Chance. Und das hat sich einfach nicht ergeben. Aber nichtsdestotrotz, es könnte sein, dass die Aktie nicht nur heute, sondern auch dann in den kommenden Tagen bis Wochen eventuell ganz interessant bleibt. Und wieso, warum, weshalb, dazu in wenigen Sekunden mehr. Ja, bevor wir allerdings ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lasse ich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit natürlich ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich aller Informationen, vollständige Risiken, falls ganz besinnlos, auf xtb.com.de. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, den xtb-Kundensupport zu kontaktieren für Fragen rund um die Plattform, rund um die Produktpalette und dergleichen. Die stehen euch dort gern mit Rat und Tat zur Seite. Dann einmal in eigener Sache, alles was ich hier präsentiere, im Folgenden bitte nicht als Anlageempfehlung Mist verstehen. Das, was wir hier machen, ist rein informativ, rein edukativ, aber keine Anlageempfehlung oder dergleichen. Ihr könnt gerne meine Gameplans nutzen für eure Zwecke, auch gerne als Kontraindikatoren, wie auch immer gewünscht. Aber nichtsdestotrotz, das ist keine Anlageempfehlung. Wie gesagt, rein informativ, rein edukativ, was ich hier präsentiere. XTB als Broker hinter den Webinaren, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte aufgelistet. Wenn ihr euch bereits einen Blick verschaffen könnt und sagt, kann ich bestätigen, toller Broker, dann würde sich XTB freuen, wenn bei der Broker-Vergleichweise zum Online-Broker 2023 einmal deine Stimme abgegeben würde. Einmal hier den QR-Code scannen, beziehungsweise einmal die URL im Browser eintippen für XTB abstimmen und tolle Preise gewinnen, möglicherweise, die der Broker-Vergleich hier verleiht, beziehungsweise verlost. Und dann wollen wir uns einen Blick gönnen auf die X-Station und einen Blick werfen hier auf die Aktie von Roku. Und man hat hier schon so ein leichtes erstes Szenario, was ich eingeblendet habe. Das ist nämlich aber jetzt mal ganz kurz wieder raus. Einmal, damit wir da uns nicht von ablenken lassen. So, möchte er nicht, möchte er nicht, möchte er nicht. Doch, jetzt ist er weg. Und zwar ziemlich interessante Price Action an dieser Stelle. Dahingehend, weil wir haben eine Botenbildungsphase potenziell durchschritten. Also wir können erkennen, die Aktie, wenn wir mal ganz, ganz stark zurückgehen, war einer der Darlings, möchte ich mal sagen, der Wachstums-Darlings nach der Corona-Pandemie. Die Streaming-Dienstanbieter, beziehungsweise Hardware-Streaming-Anbieter, an dieser Stelle ganz besonders, verkauft Streaming-Sticks und dergleichen und ist dann im Rahmen auch des ARK Innovation ETF-Portfolios entsprechend eben, hat eine starke Aufmerksamkeit durch Katie Wood eben erfahren. Hat hier eine richtige Kursexplosion gesehen mit einer Verzehnfachung des Aktienkurses innerhalb von noch nichtmals einem halben Jahr. Scharfe Rücksetzer, enorme Volatilität, nochmal ein Retest hier Anfang des Jahres 2021 und dann ein Ausverkauf mit Abschlägen, Größenordnung über 90%. So, jetzt sind wir, man kann es ja hier erkennen, in einem Modus von Umverteilung, so möchte ich mal am ehesten sagen, vielleicht gegangen, beziehungsweise Hoffnung, Flinte ins Korn werfen, wie auch immer rein psychologisch, viele Markthernehmer, die sich innerhalb dieser Rallye die Finger vielleicht verbrannt haben und dann sind wir jetzt seit nunmehr, roundabout, anderthalb Jahren hier in der Bodenbildungsphase und mögliche Akkumulationen, seitens dann auch institutioneller gegangen, die dann eben sagen, ja die Aktie hat längerfristig vielleicht doch nochmal Potenzial, auch im Hinblick auf Wachstum und dann fängt eben an, die Aktie erste Anzeichen von Leben zu zeigen. Das haben wir dann hier erkennen können, vielleicht auch durch solide Earnings, mögliche Kooperationen, die heraus sich kristallisiert haben und der gleichen Meldungen und wir haben angefangen, eine mögliche Basis zu bilden, eine Basis in Form von höheren Tiefs, die ausgebildet worden sind und haben dann hier jüngst einen Drive gesehen Richtung 80 Dollar, einen kleinen Rücksetzer und nichtsdestotrotz erkennbar höhere Tiefs, die eben zeigen, okay, da kommen auf höheren Niveaus fortwährend jetzt Käufer rein und wenn man auf diese 80 einen volumengewichteten Durchschnittspreis geankert hat, dann hat man feststellen können, dass wir im Bereich um 74 ungefähr einen durchschnittlich bezahlten Preis von diesen Hochs hatten. Also die Überlegung war, sobald wir über diese 74 brechen und halten, wären wir wieder in Hand der Bullen in Anführungsstrichen und die würden dann entsprechend weitere Bullishness wahrscheinlich vorantreiben. Also das heißt, nach einem Dip käme dann an dieser Stelle eben die Stärke, die uns weitere Bullishness eben auf solche spekulieren ließe. Dann kommen die Earnings, wie gesagt, solide Earnings, besser als erwartet, Upside-Downside-Beat im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie, im Hinblick auf den Umsatz und auch eine sehr, sehr solide Guidance und das sorgt dafür, dass die Aktie eben dann über die 74, 75 brechen kann und, also das auch bereits in der Vorbörse gezeigt hat und vor allem halten konnte, und jetzt gehe ich mal auf die 5-Minuten-Basis und dann sind wir nach oben einfach straight away weggerannt. Also man kann es hier sehen, das war die 15.30 Uhr Kerze, wir haben Käufer reinkommen sehen und wir sind nach oben einfach wegmarschiert. Wenn man sich das Volumen jetzt genauestens anschaut, dann wird man feststellen, dass innerhalb der ersten halben Handelsstunde, also in den ersten 30 Minuten des Handelstages, 8,5, 8,6 Millionen Aktien gehandelt worden sind. Nur ganz kurz zum Verständnis, die letzten drei Monate hat die Roku im Schnitt pro Tag 6,6 Millionen Aktien gehandelt. Das heißt also, innerhalb der ersten halben Handelsstunde haben wir hier erkennen können, dass mehr als 120% dessen gehandelt worden sind, oder beziehungsweise 120% dessen gehandelt worden sind, was durchschnittlich pro Tag die letzten drei Monate gelaufen ist. So, was ist das für eine Information? Nun, das ist eine Information, also zumindestens für mich, jetzt können die Großen, in Anführungsstrichen, nicht mehr sich verstecken. Jetzt müssen sie plötzlich ihre Hand zeigen und müssen eben zeigen, ja, wir kaufen, wir sind offensichtlich interessiert an der Aktie, denn nur so erklärst du solch einen Volumenanstieg. Und wir sehen dann fortwährend über den gesamten Handelstag nicht einen Rücksetzer, kontinuierlich Nachfrage, die reingekommen ist und ein Schluss im Bereich der Tageshochs. Und dadurch gibt es jetzt eine interessante Konstellation, zum einen für den heutigen Handelstag, aber dann auch für die Überlegung für die kommenden Handelstage. Für den heutigen Handelstag ergibt sich für mich eine Möglichkeit für ein sogenanntes Second Day Play. Second Day Plays, die sind dahingehend klassifiziert, dass man sagt, man hat einen extremen Volumenanstieg, man hat einen frischen Katalysator, all das ist erfüllt im Falle von Roku. Und wir sehen ein durchschnittlich sehr hohes Volumen mit zeitgleich einer Bewegung von mindestens einer ATR. Was meine ich mit ATR? Das ist die Average True Range, ATR. Und die zeige ich mir an für die letzten 22 Handelstage, weil das einen Handelsmonat im Schnitt umfasst ungefähr. Und diese ATR, man kann es ja hier dann entsprechend erkennen, die ATR, die beträgt roundabout, roundabout 3,50 Dollar, beziehungsweise jetzt durch den Anstieg von Freitag eben 4,50 Dollar ungefähr. Aber wir können erkennen, wir starten um rund 72 war die Eröffnung, Pima Laub um 73, schließen bei 88 sind 15 Dollar. Also das ist fast eine 3-, 4-fache ATR. Und dann vor allem wollen wir auch sehen, dass wir im Bereich der Tageshoch schließen, also mindestens innerhalb von 25% der gesamten Handelsspanne. Wenn wir im Bereich der Tageshochs schließen, dann ist das auf jeden Fall erfüllt. Und die Überlegung, die dem zugrunde liegt, das ist jetzt, dass man sich vorstellt, dort kommen jetzt Portfolio Manager heute ins Büro und dann kommen die Analysten und sagen, Roku hat starke Zahlen vorgelegt, sehr, sehr starke Action, es läuft auch in sozialen Medien hoch und runter, hat auch eine entsprechende, auch Privatanleger, die interessiert sind an der Aktie, die da sehr, sehr heiß erachten. Und jetzt überlegt man sich, seitens dieser Portfolio Manager, also das ist die grobe Überlegung, die ihm zugrunde liegt, wie nehmen wir die Aktie ins Portfolio, wie können wir uns jetzt positionieren? Einfach chasen, kaufen auf diese News ist eigentlich keine Option. Also wollen wir einen fairen Preis abwarten, beziehungsweise einen Rücksetzer abwarten. Der durchschnittlich hier am Freitag bezahlte Preis, der lag ungefähr um 84, 85 Dollar, Pi mal Daumen. Das bedeutet, was wir eigentlich sehen wollen, ist, was wir sehen wollen, da nehme ich die ATL mal ganz kurz hier raus, einen Rücksetzer ungefähr in diese Gefilde hier, diese enge Konsolidierung, 84, 85, das ist auch eine Konsolidierung gewesen, also ein Retest dieser Region im übertragenen Sinne, die wir hier nochmal vollziehen. Und gegen diese wären wir dann interessiert, uns kurzfristig long zu positionieren, in Erwartung, dass wir von der 84, 85 nochmal in Richtung des Schlusskurses um 90, vielleicht 91 laufen. Das wäre jetzt eine erste Überlegung für ein Play. Zweite Überlegung wäre, wir laufen einfach auf der Oberseite weiter, wir halten oberhalb der 90, das ist ungefähr der Schlusskurs gewesen von Freitag. Dann wäre es so, das wäre ein bisschen tricky, weil wir doch schon recht überdehnt anmuten jedenfalls, aber nicht, dass Roku nicht in der Lage wäre. Also man schaut sich einfach den Tageschart an, das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, das ist am zweiten Tag nach einer Initialbewegung und das war eine andere Konstellation. Also hier, wie gesagt, skizzieren wir ein Bild, wo wirklich institutionelle Nachfrage reinkommt. In dem Fall haben wir hier Bilder innerhalb einer Range mit kurzen Schüben, aber wir sehen, auch da hatten wir dann einen Follow-Through am darauffolgenden Tag. Also das heißt, es wäre nicht auszuschließen, dass wir uns weiter nachgefragt zeigen in der Aktie. Es wäre dann so ein Szenario, dass ich sagen würde, einen Lauf über die 90 und halten oberhalb der 90 an dieser Stelle. Opening Drive vielleicht, stärkere Bullishness, die reinkommt, dann aber mal eine enge Konsolidierung, dass wir versuchen, aus dieser engen Konsolidierung ein kurzes nochmal so ein Momentum-Move auf der Oberseite zur Richtung dann vielleicht 94, 95 vielleicht zu erwischen, sollte sich das herauskristallisieren. Wie gesagt, das sind Szenarien, die jetzt ein Follow-Through für heute skizzieren, nach der Bullish-Price-Action von Freitag. Aber auch als Swing-Trade, meiner Einschätzung nach, ist eine Roku durchaus jetzt beginnt interessant zu werden. Das bedeutet allerdings, wir brauchen erstmal ein paar Tage ein Setzen der Price-Action. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, jetzt positionieren wir uns in solch einem Intraday-Setup und halten die dann irgendwie mit der Erwartung, dass wir innerhalb der nächsten Wochen über 100 Dollar laufen. Das möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Das entspricht nicht meinem Handelsansatz an der Stelle. Was ich mir an der Stelle vorstellen kann, ist, dass wir nach nochmal solch einer Second-Day-Play-Action eventuell, sofern sie sich überhaupt darstellt, dass wir erstmal so einen sogenannten Stall-Out sehen. Wir konsolidieren. Das heißt also, wir setzen dann hier zurück vielleicht mal eine kleine Korrekturbewegung, wenn sich das Momentum erschöpft, Gewinnmitnahmen, wie auch immer man das nennen möchte, und konsolidieren dann für einige Zeit seitwärts. Und irgendwann kommt dann der erneute Impuls auf der Oberseite, also jetzt mal sehr grob gezeichnet, der dann das nächste Lack auf der Oberseite auf den Weg bringt. Was wir da machen würden, wäre, dass wir warten würden, wo das hoch ausgebildet wird, und würden dann auf dieses hoch, einen volumengewichteten Durchschnittspreis ankern und sagen, gucken wir jetzt mal, wie der durchschnittlich bezahlte Preis ist, und sobald der zurückerobert wird, sehen wir die Bullen wieder Kontrolle übernehmen, nach dem Dip kommt dann die Stärke rein, und dann würden wir dieses Lack als nächsten Schub auf der Oberseite Richtung 95, 100 Dollar eventuell als Swing traden wollen. Das ist allerdings ein Play, welches dann über, wie gesagt, einige Tage erstmal eine Entwicklungsphase durchlaufen muss. Für heute nochmal dieses Second Day Play, eventuell ganz interessant. Ein Swing Setup an dieser Stelle braucht ein paar Tage, um sich zu entwickeln, sofern das überhaupt stattfindet. Die Kursniveaus ergeben sich dann, und sobald es natürlich dann ein Thema wird, würden wir das hier an dieser Stelle auch einen guten Morgenbörse gemeinsam mit XYW natürlich zum Thema machen. Das wäre es soweit meinerseits gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Wir hören uns morgen wieder. Happy Trading. Passt auf, ich stoppe es auf. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.